hallo herzlich willkommen zur folge 333 mit minecraft wie staffel 6 den friedlich lassen wir hier denn wir haben die nachricht bekommen dieses boot wird uns helfen den sonnenschein zu erreichen mein lieben freunde deswegen werden wir jetzt nicht zu fuß laufen sondern ganz viele strecken mit dem boot zurücklegen so laufen wir mal hier drüber schwert gezückt noch so mal not wehen aktueller kilometerstand 33 Kilometer 85 Meter ein schönes lustiges Lied so hier ist Ortsteil Wattungen was heißt Ortsteil das örtliche Wattungen und hier soll dann die Form des Schweins rausgehen habe ich so ein bisschen angedeutet irgendwann mal zack da raus oder hier eben rum hier dann hier rum dann hier rum aber das ist mir zu eng viel zu eng was macht das der Trick hier was hat er vor rückwärtsgang und weiter geht's und hier 32.900 Block ich komme sonnenschein ich bin unterwegs und ich lass die alte welt hinter mir ich bin auf dem weg habe ich jetzt gerade die höhen playlist drin oder was ist hier los ich habe glaube ich meine gemüchte aktiviert wollte ich doch gar nicht ich habe mich jetzt aufgeteilt in fröhlich und höhle gruselig habe ich mir sehr viel mühe gegeben denn so einfach war das nicht es wird gleich dunkel es ist kein land weit und breit wenn ich land sehe muss ich schon schleunig sind das land osten da scheint auch lang zu sein aber ich bin mir nicht sicher ich war mal dahin schnell 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 müssen unsere bett zügeln sonst schon weiß er dass wir auf reise sind jetzt aber schnell hier zack und schlafen zum glück geht das jetzt zu schnell und weiter geht's ein neuer tag da ist die farm wir haben beim fußmarsch raus gekommen und wir haben schon fast den nächsten kilometer geschafft sind zwar den ersten kilometer ich glaube hier ging es nicht rum ging es ja vorne rum durch meine zwei brücken die ich gebaut habe wunderhübsche exemplare hat mich auch sehr viel zeit gekostet sind sie da parallel wenn ich nur den da mach jetzt den da zunehmen ja das sind die bisschen asynchron ich weiß so lustig fahren wir hier außen rum um die polka ringsherum jetzt tun wir uns grad schon wieder entfernen aber jetzt nähern wir uns wieder was ist das da? Luftblasen die musik passt gerade irgendwie da muss man lang da sind die brücken guck mal so ein schein solche brücken entwirft zertrick na die unten rum ist ja nicht noch na das muss noch ein bisschen gemacht werden aber die hier hier ist nämlich auch die zuckerrohr farm von notwene bis jetzt und das ist die brücke mit so stützpfeilern unten drunter schau doch ganz nett aus ja wie du siehst das hat mich auch einiges an holz gekostet da drüben ist ja auch noch eine brücke und die insel hier das ist die äh wüstenkamp insel die kur insel hier kurort wüstenkamp ist auf der insel und hier keine ahnung was da jetzt war oooookay frisst gerade ein bisschen cpu wenn ich hier auf die taste m drücke eigentlich gar nicht die geht eigentlich unter die cpu die geht von 18 auf 7 prozent wenn ich die karte öffne weil ich mich in dem sinne nicht bewege und nix lädt weil das menü der karte offen ist jetzt habe ich 20 prozent cpu 17 das war auch schon mal besser das war auch schon mal besser was das ein unterwasser berg wie steil die küsten sind ja das ist mit ordentlich wasser gefüllt ich glaube wasser ist dann auch der zweite meiste block hier in minecraft jetzt der blog wasser niemals doch wasser wird auch als blogge zählt irgendwie ist es ein blog zumindest der stabile wasser stand das nachgucken ok da fertig nachgeguckt hier sind die inseln ich glaube dann müssen uns einfach in die richtung halten weiß nicht ob man da durchkommt ich glaube schon ich glaube nicht ich glaube nicht das ist festland meine freunde außenrum ist doch ein wenig effektiver kann man auch nicht vergrößern hier ist eine fackel wir haben den nächsten kilometer gleich wieder geschafft und heißt das jetzt dass mir schon auf ja würde ich sagen wer tut das boot jetzt mitnehmen und gehen jetzt auf wanderschaft zack passen wir durch ne passen nicht schade dann steigt mal ab vom boot aber immer ganz was mit connecten da ist es wieder ich will ich mitnehmen mit dem schwert ist das wohl nicht weg wenn ich das jetzt hinstelle und mit irgendeinem anderen werkzeug stopp in der achse ist es auch nicht weg und mit anderen werkzeugen nicht beziehungsweise auch mit der hand dauert sogar noch ein bisschen länger so ganz schnell geht's und den nächsten kilometer haben jetzt gleich wenigen metern geschafft jetzt haben wir geschafft wie schlucht da ist eine schlucht ganz viele kür weil sie eine kugel sehen wenn wir einen slime entdecken jetzt gerade ein sumpf können slime mitnehmen oder hühner kann man nicht so oft hin auch die hühner mitnehmen noch federn noch ein paar federn hier ist schafe sind ja die hühnchen können wir noch mitnehmen das ist aber gut und hier sind uns ideen blauer farbstoff ich habe auch einen sumpf neben not wehen und da kann ich auch in den sammeln werden ich weiß wie man euch ideen vervielfältigt geht ganz einfach mit knochenmehl hier auf den rasen im sumpf und hier spawnen ja keine anderen blumen oder wachsen keine anderen blumen außer diese blauen orchideen heißen die probleme so ja im englischen haben die wahrscheinlich einen ganz eigenen namen ich habe glaube ich mit pilz mit aufgesammelt weg damit brauche ich nicht ein schönes lied du hast gerade durch den schwarzeichen wald geht das hier diese kühe zeigt was für ein spaß kuh schubsen ich brauche auch leder das leder kann ich gut gebrauchen für die rahmen in hagen und das ist ja so weit weg vom nirgendwo dass man ja nicht so auf hinkommt wir haben jetzt nächste menge kommt der schilder neue neue tiere gespawnt neue tiere mein schätzer ist da so eine kuh zack 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 ein paar kühe können wir erleben lassen jetzt ist das schilder lustig aus ja kann man vormann und zack der pilz in der wüste ein wüstenpilz auch dort oben schaut auch nicht schlecht aus schaut nicht schlecht aus wird auch gleich wieder nackt da ist wieder eine folge um ganz schöne unebenheiten hier in der wüste vielleicht finden wir noch ein dörfchen hier auf dem weg können wir uns da nieder lassen hier sind ganz viele wüstenhasen hier ist eine höhle ein trauriges lied und ich lege mich schlafen kann ich noch nicht ich kann doch nicht schlafen aber jetzt jetzt kann ich schlafen bis zur nächsten folge Bis zum nächsten Bis zum nächsten Vielen Dank.